Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paladins. Ja, die Folge kommt heute ein bisschen später, das Sorry dafür, aber Update-Problem. War ein ziemlich großes Update. Ja, hat sechs Stunden gedauert. Ewigkeiten gedauert, das ist ja Wahnsinn. Wie versprochen, ein bisschen später heute, aber ist egal, wie versprochen, bauen wir uns jetzt mal ein Deck zusammen. Wir gucken mal nach, für wen wollen wir denn ein Deck bauen? Puh, das ist schon mal eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten. Guck mal, die habe ich schon auf Level 2 gemacht, den Pip-Hurik-Ocean auf Level... Machen wir aber für Victor, machen wir auch für Victor. Guck mal, die haben wir noch nicht gespielt, Tyra, 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 ah Tyra, Entschuldigung, Tyra, äh, Victor. Okay, dann gucken wir uns mal hier an, Decks. So, neues Decks erstellen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Plätze frei und wir schauen uns mal an. Oh Gott, okay. Willst du dir eigentlich auch ein Deck bauen? Also, wir haben jetzt die, ist schon die Psychfrau mit dabei, äh, habt ihr ja gerade gehört. Willst du dir vielleicht auch gerade ein Deck bauen? Nee, noch nicht. Ich gucke dir jetzt erstmal zu. Traust du dich noch nicht, okay. Äh, dann schauen wir uns mal an. Was haben wir denn? Äh, Splittergranate, okay. Und Kimme und Korn. Das ist doch mal ganz gut. Reflexe, Reflex 1. Was haben wir hier? Zero, Raubtier und Schussposition 1, okay. Und hier haben wir Kompensator 1. Reduziert den Waffenrückstoß um 25%. Das ist eigentlich ziemlich gut. Äh, Treffer während Kimme und Korn. Mhm. Offenbaren Gegner für Neu. Achso, okay. Naja, das weiß ich jetzt nicht, ob das... Das Zielen über Kimme und Korn wird 15% schneller aktiviert. Okay. Äh, während du über Kimme und Korn zielst, erhöht sich dein Lauftempo. Oh, das hört sich doch rein zu. Dann, wenn du zielst, dann kannst du auch ein bisschen loben. Hauen wir den mal rein. Wir kaufen uns den. Bam. So. Dann. Der Rückstoß ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Aber wir verwartet machen. So, hier haben wir Granatenfeuer 1. Äh, Treffer mit der Granate. Garantiert 6 Munition. Okay. Für jeden granatischen... Äh, was für... Achso, kann das ja manchmal ja auch nicht lesen. Für jeden gegnerischen Spieler, der durch die Splittergranate getroffen wird, wird ihre Abklingzeit um eine Sekunde reduziert. Hm, okay. Während du deine Granate scharf machst, erhöht sich dein Lauftempo um 15%. Brauchen wir nicht. Äh, verkürzt die Zeit bis zur Explosion um 15%. Das ist eigentlich auch nicht so gut, weil ich noch nicht so ein Granatenkiller bin. Okay. Äh, was haben wir hier? Hasten. Okay, Sprinten. Das ist gut. Energieschub. Er erhöht dein Tempo um 10%. Für 1, also bei Aktivierung für 1,5 Sekunden um 10%. Einsatz von Hasten gewährt 7% Nachladestempo um 3 Sekunden. Während du Hasten... Oh Gott, Entschuldigung bitte. Wenn du während Hasten Schaden erleidest, erhöht sich dein Lauftempo... Bonus für 2 Sekunden um 10%. Okay. Erhalte während Hasten 1 Munition pro Sekunde. Hm. Hier die Munition leer? Muss ja, oder? Keine Ahnung. Sollen wir mal drauf achten. Was haben wir hier? Was ist das hier? Rüstung und Waffe. Rüstung und Waffe ist immer gut. Du hältst 50 AP, also 50 HP quasi. Health Points. Ähm. Schneller Nachladung. Oh ja, das ist auch immer wert. Eliminierung. Gewährt 6 Munition. Also muss die Waffe ja leer gehen, oder? Unfallflucht. Kehl's Gewehren 10% Lauftempo für 4 Sekunden. Und... Oh, das sind hier XL Magazin. Deine Munitionszähler erhöht sich um 2. Komm. Oh. So, damit haben wir immer noch ein paar Plätze. Warte mal. Rückstoß auf jeden Fall. Äh. 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 Und dann machen wir so. So sieht doch ganz süd aus, oder? Ja. So. Dann machen wir mal... Warte mal. Was war das hier? Über Kimmer und Korn. Ähm. Aha. Der Munitionszähler erhöht sich um 2. Reduziert den Waffenrückstoß um 25%. Warte mal. Machen wir mal so. 75%. Aber so wäre ein 100. Also du hast keinen Rückstoß mehr mit dieser Waffe. Wäre doch eigentlich top. Du erhältst 50 LP, du erhältst ein 100 LP, du erhältst ein 150 LP. Puh. Oder du erhältst ein 200 LP. Also du hast noch mehr Health Points. Oder du schau mal, wo ist es noch in? Okay, der Munitionszähler erhöht sich um 2. Um 4. Schwierig. Ich würde das jetzt erstmal, glaube ich, so lassen. Okay. Okay, machen wir mal speichern. Und damit haben wir uns jetzt ein Deck gebaut. Wir sehen anderen wie vorher. Ist er jetzt auch aktiv? Du kannst dir den im Spiel aussuchen. Achso. Also quasi, wenn du ja da vorne, wenn du rin kommst, dann fragt er dich ja, da hast du ja diese 3 Buttons. 2 kannst du kaufen mit deinen komischen Tränken. Und dann hast du ja einen, der frei ist. Und da, wenn du da drauf klickst, dann hast du da dein Deck, was du dir aussuchen kannst. Aber wir in der zweiten Runde heute aber ausprobieren werden, in dieser Folge noch. Da werde ich mir diese Tränke holen. Also nicht diese Tränke holen, sondern diese Deckkarten werde ich mir für diese Tränke, also die du für Tränke kaufen kannst im Spiel. Die würde ich mir unbedingt mal angucken. Äh, wir werden auf jeden Fall jetzt Victor spielen. Das steht klar. Und wir haben jetzt noch, okay, den betämen wir uns für die nächste Folge auf. War, hab ich ja vorhin angesprochen, wir können uns ja einen Charakter kaufen. Ihr könnt ja dann noch in die Kommentare unten reinhauen, äh, welcher Charakter uns war holen sein. Ich bin da sehr gespannt. Guck mal, die haben auch einen neuen Charakter, die hat es heute drin gemacht, irgendwie jetzt mit dem letzten Update. Ist ein neuer Charakter mit drin gekommen. Seris. Seris. Moment, dauert immer ein bisschen so. Das ist die, Alter. Fähigkeiten. Also Seelensperre. Okay. Also Sperre. Oder was auch immer. Äh, Seelenerneuerung. Schattenreise. Seelenriss. Und Konvergenz. Hm. Hört sich interessant an, weil es wird sowas wie eine schwarze Hexe vielleicht sein. Ja. Also, ach so, hier, guck mal, kann ich dir ja gleich zeigen. Können wir uns ja gleich mal angucken. Wo hast du ja hier bei, ähm, bei, bei Sammlung. Guck mal, ich kann das bloß nicht lesen, weil das ist ziemlich kling. Ach, da rechts steht das ja auch nochmal. Äh, heile während Hasten jede Sekunde 200, 250 AP. Und dann hast du noch Waffe. Äh, feuerst du aus der Hüfte heraus, versuchst du 30% Bonusschaden. Verursachst du, verursachst du 30% Bonusschaden. Und das ist dann quasi, und den kannst du dir dann Schuss wehsen. Das ist ja legendär. Also, das ist ja das, was du dir aussuchen kannst. Diese drei Dinger, ne. Die kannst du dir am Anfang aussuchen. Und wenn du dir den auswählst, dann suchst du dir quasi dein Deck aus. Also, das ist dann während Kimme und Korn, versuchst du 15% Bonusschaden. Und dann nimmst du dein Deck. Ah, okay. Das ist quasi nochmal ein Bonus für dich. Oben drauf. Und dann wählst du dir ja noch deine Karten aus, die du erstellt hast. Oder die, die vorgegeben sind. Gut zu wissen. Ziemlich cool. Also, ich finde das, also, so an sich ist das schon ein bisschen perplexer wie Overwatch. Ja. Oder? Also, muss ich ja ehrlich mal sagen, äh... Ameisten wir die Karten. Auf jeden Fall. Es ist auch schneller. Also, ich finde das irgendwie schneller wie... Wie Overwatch. Vom Spielen her. Ja, manchmal sehe ich da ja nicht durch. Nee, manchmal ist es ein bisschen echt schwierig, ja. Nee, ich will mir keine Truhe kaufen. Moment. Hä? Ja, es ist eine Eins bei meinen Truhen. Ja, der Schandau öffnen. Da. Ne, Emprium-Truhe. Schatztruhe. Alter. Ent, äh, enthält exklusive Gegenstände. Wie zum Beispiel... Kann ich gar nicht sehen. Okay. Machen wir einfach mal. Eins, zwei, drei. MVP-Pose selten. Machen wir mal ausrüsten. Hm. Okay. Drogos habe ich vorhin schon gespielt, aber den fand ich nicht so. Also, meiner ist es auf jeden Fall nicht. Achso, das ist Standard, okay. Und das ist... Ah, okay. So, wollen wir jetzt mal ein Spiel starten? Wir starten jetzt, der Deck ist gebaut. Wollte ich sagen, jetzt los. Äh, Questens gibt es hier auch jetzt. Ich weiß ja nicht, habe ich die vorhin gezeigt, keine Ahnung. Siehst du ja immer, wie ich zeigen will. Mein Gott. So, wo ist Victor? Victor. Müssen wir ja jetzt auswählen, da war er ja ein Deck gebaut haben. Pip. Ich mag Pip. Hä, ich mag es, ja? Ja. Das ist ein schwieriger Charakter. Also jetzt nicht vom Spielen, doch vom Spielen her ist er auch recht schwierig. Aber eigentlich ganz cool irgendwie. Aber ich bin mehr, für mich ist ja nichts. Ich bin eher der Ruscher. Bis auf bei Overwatch, muss ich ja sagen. Immer wieder. Bei Overwatch bin ich eher so der Defensivtyp. Also Supporter eigentlich. Aber dadurch, dass das hier ziemlich schnell ist, das Spiel. Ja. Bei Overwatch bin ich ja eher der Tank. Mhm. So, dann hast du ja jetzt hier, da hatte ich ja vorhin sagte, die Sachen, die du noch zusätzlich kaufen kannst. Aber ich mache jetzt erstmal so. Und dann hast du ja hier deine unterschiedlichen Decks. So. Und wir nehmen jetzt so das, was wir hier gebaut haben. Kompensator. So. Oh, das sind alles meine Steine. Oh. Wo? Wo bist du? Hier oben. Das sind Kristalle. Ja, meine. Die Kristalle, die kannst du dir für echt, die Entkurven. Die liegen hier einfach rum. Was ist das denn? So ein Scheiß. Wo sind denn die? Eskort. Der Payload. Erstes Blut. Wir machen ihn hin. Ach so, jetzt verstehe ich das. Deine Munition kann nicht leer gehen. Nein. Ich brauche Heilung. Bist du. Danke. Deine Munition kann nicht leer gehen. Also da gibt es keine Munitionsbegrenzung. Aber, äh, du kriegst quasi, du musst ja nicht so schnell nachladen. Ah. Weil deine, dein Munitionsfach wird immer wieder aufgefüllt. Quasi. Verstehst du? Ja. Oh nein, ich bin tot. Ah. Yo, Subray. Scheiße. Bin umgebracht. Hei getan. Sehr gut gemacht. so so keine ahnung kann ich dir nicht genau beantworten was das für ein dicken war bei mir ist es schon weg jetzt ach so die ladung wenn du in der nähe von der ladung bist dann schiebst du dir und dadurch kriegst du ja punkte oder das hätte geld ich weiß es nicht genau ok auch scheiße richtig dumm gerade schmissen ich weiß jetzt nicht hat die ulti ach so in coming oh nein was ist das äh Groot ich nenne den Groot ich bin down schade ich finde die drei tiere so geil ja die sind cool ja hopps oh man scheiße wollte sie gerade von hinten überraschen hat aber nicht ganz so funktioniert wie ich mir dachte naja passiert ich hoffe mal beim nächsten mal richtig alter wie hat er mich denn jetzt um ach so was rückwärtsgang ok wir haben uns 312 wir brauchen 600 mein gott ach so der schon auf level 2 aufgerüstet bei ihm ok oh hilfe warum hilft mir keine wo bist du denn hier unten hier unten hier unten alter jetzt bin ich tot so meine ulti ist wieder bereit in coming hoch schiebt die ladung ja aber eigentlich schädet auch die gewesen mit der granate weil die brauchen moment diese zündet also diese heilung habe ich danke oh ich war ein hühnchen ein hühnchen das d d d sooo die Lärung wieder schiebt? ja Ja, sehr gut. Das Hühnchen. Heute Tühnchen. Heute Tühnchen. Das Tühnchen ist bestimmt schon wieder normal geworden, oder? Oder ist schon tot? Tot. Oh. Ja, nice swan. Schönes Ding. Cool, bei 40 Sekunden können wir losrennen. Oh, Alter. 1000 Punkte, meine Fresse. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Flinke Hände. Zerstörer. Zack. Zack. Und zack. Ja, komm, einfach die Macht. Ach so, du kannst hier in deiner eigenen Karten nochmal zusammenstellen. Ah, versteht er. Wie hast du die da unten jetzt gemacht? Du kannst, wenn du im Swarmpunkt bist, kannst du deine Karten nochmal unten zusammenstellen. Andere. Ach so. Also, nicht die Karten, die du am Anfang ausgewählt hast, sondern andere, glaube ich. 4, 3, 2, 1. Oh, scheiße. Ach, Mist. Oh, nein. Tot. Was für ein Baum. Und hier ist die Echse. Ach so. Ja, Groot wartet gerade nicht, wenn wir den Leichen auf die Kameraden. Oh Gott. Ach, Mist. Das war ein bisschen sehr offensiv. Rollenkladner. Wo steht denn hier? Kills und so ein Kack. Ach, da unten. 17, 8. Oh, was hat jemand mir gemacht? Pferde ist schon wieder schon langsam. Alter. Weggeflogen. Miu. Schlimm. Ist so heavy. Alter. Oh mein Gott. Ich habe vorhin schon gesagt, hier fehlt mir ein bisschen so der Nahkampf. Also die Nahkampfattacke, sodass du den mal irgendwie in die knallen kannst oder so, wenn er in Arbeit hier dran ist. Ja, jetzt stimmt. Scheiße. Schade. Oh, die kannst du zurückschieben. Ja? Ja. Okay, dann musst du aber auch mit dem Update-Di-Com sein, glaube ich. Oh nein! Lasst mich doch in Ruhe. Also wie gesagt, das Spiel ist immer noch in der Beta. Ich weiß nicht, wie lange die Open Beta geht. Scheiße. Das kann ich jetzt nicht genauso beurteilen. Ja, wenn ich den Küppel bin, bin ich schneller mit dem Pferd. Also es ist echt noch ein bisschen buggy. Ein bisschen. Incoming ist bereit. Meine Ulti also. Pstiu! Oh! Oh! Bei der Fracht, Leute! Bei der Fracht! Ja, ich bin da. Oh! Der hat mir mit einer Axt umgebracht. Der hat die Axt geschmissen. Ja, das ist gut, aber ich, ne? Der kann die Axt schmeißen. Ich bin da. Oh! Ich bin da. meine uhr ist bereit weil da wenn ihr gerade wie fallobst kann dann die wahl ja mein eben das ist noch ein bisschen schwierig ab und zu online wow so jetzt ist es fährt wieder schneller ab und zu ist komisch um meine ulti ist fertig so weit weg ist es weg oh mein nein nicht immer in die luft oh man was war das denn gerade was wie kommt er hier oh man ich muss weg bleib auf dem fußboden ja bleibe verklebt verlangsamt nicht verklebt coole sache schönes ding highlight des spiels als victor naja ach so cool cool auch hier endlich mal jetzt schafft bevor wir den letzten test irgendwann mal enden weil der bestimmt auch nicht mehr allzu lange gehen wird äh oh mal play of the game ich schafft cool und da wird gleich drei questen abgeschlossen cool 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 ich stehe da auch ja glückwunsch punktestand ja will ich mir auch gerade noch angucken eliminierte 24 und tot 11 29 13 ist dann auch bei mir auch in ordnung leute bedanke mich für zugucken wir können ja noch zusammen die trufe machen die ganz normale strahlende trufe ich mache auch eine auf oh oh wir haben emotion gekriegt wir können auch noch ausrüsten immer noch schnell und hof des königs heilt für jede gezündete haftbombe 15 lp ok krass so sogar noch kurzen pumpkin und der hat wahrscheinlich diese karte gekriegt ne keine ahnung wahrscheinlich gerade rüber geflutscht was das von emotion hier aha ja dance everybody dance leute ich bedanke mich für zugucken wir sehen uns in der nächsten folge von paladins äh oder wo auch immer also bis dahin haut rein danke für zugucken und wenn es euch nicht verhindert lasst ein like da bis dann tschüss tschüss